Hallo zusammen, neues Video für euch und heute schauen wir uns mal an, wie wir unseren Porträts nochmal so einen kleinen Glamour-Faktor dazu verpassen können. Wir schauen uns an, wie wir Grundlippenstift in Photoshop auftragen. Dafür habe ich für euch zwei Varianten, eine schnelle und eine sehr sehr, naja, sehr aufwendig ist es nicht, aber eine, bei der ich viel mehr Kontrolle habe, was ich am Ende rausbekomme. Und diese zwei Varianten, die schauen wir uns jetzt in Photoshop an. So, hier sind wir jetzt in Photoshop. Das ist das Stock-Image, an dem wir das heute mal einmal machen. Ist eine hübsche Dame, sie hat auch anscheinend schon einen Lippenstift oder Lipgloss drauf. Da wollen wir aber selbst nochmal Hand anlegen. Variante Nummer 1 ist die schnelle Variante und die kommt mit einer einzigen Ebene aus. Dafür holen wir uns einfach mal eine Ebene, mit der wir Farbe reinbringen können. Das könnten jetzt unterschiedliche sein. Das kann eine Farbfläche sein. Eine Farbton-Sättigung macht es noch ein bisschen einfacher. Deswegen holen wir uns diese einmal. Zuallererst brauchen wir dann natürlich gleich eine Maske von diesen Lippen. Und um die möglichst gut zu treffen, ist mein Tipp, dass wir erstmal den Farbton irgendwo hinziehen, was sich komplett unterscheidet von dem, wie es aktuell ist. Also da könnt ihr auswählen, was ihr wollt. Gut. Ich gehe da immer in die Extreme, sonst nehmen wir jetzt hier in Blau. Fertig. Dann drehen wir hier diese Maske der Farbton-Sättigung um mit STRG-I. Und damit haben wir jetzt aktuell keiner, hat diese Ebene erstmal keinen Effekt. Dann holen wir uns einen Pinsel, zoomen ein wenig ran. Und dann können wir wirklich sagen, okay, wir wollen das Ganze einmal maskieren. Ich mache das jetzt auch einmal nur sehr, sehr grob, damit das nicht allzu lange dauert. So, mein Ansatz ist sowieso immer erstmal einmal hier erstmal rum. Dann kann man das Ganze ausmalen und dann kann man die Maske verfeinern. Ist grundsätzlich mein Ansatz dabei. So, haben wir einmal gemalt. So, dann können wir das jetzt hier ordentlich ausmalen. Bin übrigens mit einem Linksklick und gedrückter Alt-Taste in diese Maske reingekommen, damit ich diese Maske viel, viel besser sehe. So, dann haben wir das. Dann müssten wir natürlich jetzt das Ganze von den Zähnen wieder wegmachen. Also einmal X drücken, für Vorder- und Hintergrundfarbe wechseln und dann hier wieder rausnehmen. So, das ist jetzt wie gesagt erstmal sehr, sehr grob. Da auch gleich nochmal ein Tipp, wenn ihr keine ruhige Hand habt, denn ich mache das jetzt auch gerade mit der Maus. Dann könnt ihr das Ganze nochmal deutlich leichter machen oder angenehmer für euch. Zeige ich euch einmal hier an der Haut. Wenn ich jetzt hier versuche zu malen, dann habe ich natürlich immer irgendwelche Knicke mit drin, wenn meine Hand nicht ruhig ist. Da könnt ihr auch einfach die Glättung hochsetzen und dann seht ihr, dass diese Linie hier viel gerader wird. Also, so als kleiner Tipp ist das immer sehr, sehr hilfreich. So, jetzt verbessern wir die Maske hier noch ein kleines bisschen. Also da soll es noch dazu, hier soll es noch dazu. Kann ich natürlich an jedem Punkt immer nochmal verbessern, wenn ich dann merke, es sieht nicht gut aus. Hier will ich es wieder weg haben, hier will ich es ein bisschen dazu haben und auch hier soll es noch so ein bisschen raus. Wie gesagt, geht gar nicht darum, dass die Maske jetzt perfekt ist. Wir versuchen es trotzdem natürlich mal entsprechend sauber zu machen. Dann kann man das jetzt so ungefähr einmal lassen. So, hier oben die beiden Striche machen wir noch weg. Die brauchen wir ja nicht. So, dann habe ich jetzt eine Maske. Das ist meine Maske für die Lippen. So, da sehe ich, da habe ich noch ein bisschen was vergessen. Deswegen so ein Kontrollblick ist immer ganz gut. So, da fehlt noch was und da muss noch was dazu. So. Jetzt kann ich einfach auf diese Farbton-Sättigung-Ebene gehen und sagen, okay, entweder ich finde die Farbe hier ganz normal über den Farbton. Kann ich zum Beispiel so schon lassen. Oder ich kann das Ganze auch in den Modus Färben setzen. Dann ist es ein bisschen schöner, wenn ich eine bestimmte Farbe erreichen möchte. Sagen wir mal, wir möchten jetzt hier so ein Lila-Touch. Er soll ein bisschen weniger gesättigt sein, soll noch ein kleines bisschen heller sein. Und dann wäre das so. Ist ein bisschen zu stark. Also einfach Deckkraft runter. Und dann hätte ich jetzt, das war mein Bild vorher, das ist mein Bild nachher. Ob das jetzt ein realistischer Farbton ist, wahrscheinlich würde ich hier eher wirklich in Richtung Rot gehen. Mit ein bisschen mehr Sättigung und dann wäre das vorher, das nachher. Ganz dezent in diesem Fall. Kann man aber natürlich auch stärker machen. Und wie gesagt, entweder über die Sättigung runter oder über die Deckkraft der Ebene runter. Und dann habt ihr den Lippenstift, den ihr wollt. So, das war Variante Nummer 1. Die einfache Variante. Eine Ebene geht relativ gut. Hat ein paar Nachteile. Gerade mit einer Farbton-Sättigung, die dann so ein bisschen Farbe noch mit reinbringt, wo sie vielleicht gar nicht sein soll. Weil die Glanzstellen ein bisschen schwächer werden automatisch dadurch. Aber, wenn es mal schnell gehen soll, ist das eine super Variante. Schauen wir uns jetzt nochmal die detaillierte Variante an. So, detaillierte Variante. Die alte Farbton-Sättigung speichern wir uns mal ab als Variante 1. Dann kann man sich das später nochmal angucken. Variante Nummer 2. Die ist insofern detaillierter, weil wir die Unterlippe und die Oberlippe getrennt voneinander bearbeiten. Einfach, weil eine Unterlippe ist in der Regel größer. Da kann man Farbe viel besser auftragen. Eine Oberlippe, gerade wenn das Licht von oben kommt, ist meistens ein bisschen heller. Auch das kann man, und da wollen wir selbst die Kontrolle behalten. Das haben wir hier mit der Variante 1 nicht. Da haben wir über die komplette Lippe eine Farbe gelegt. Also, wie machen wir das jetzt? Wir holen uns wieder eine Ebene, die eine Farbe bringt. In dem Fall nehme ich mir jetzt einfach eine Farbfläche. Und da können wir uns schon mal erstmal irgendeinen Ton aussuchen, mit dem wir das dann haben wollen. Auch der lässt sich ja später wieder ändern. Dann drehe ich auch hier wieder diese Maske um und nehme mir einen Pinsel und male in diesem Fall jetzt erstmal nur die Lippe unten. Und ich setze mir jetzt wirklich die Klettung ein bisschen hoch, weil ich nämlich mit der Maus auch nicht sehr genau bin. So, auch hier muss ich mit Sicherheit gleich nochmal nachkorrigieren. So, auch hier lang. So. Wie gesagt, Korrekturen muss man eh wahrscheinlich gleich nochmal machen. Aber erstmal für die erste Linie ist das super. So, auch hier kann ich jetzt einmal ausmalen. Alles in weiß, wo die Farbe sein soll. So, haben wir auch da unten Fehl. So. Jetzt ist das natürlich eine Farbe. Wir wollen natürlich die Struktur bealten. Also, ich setze das Ganze jetzt erstmal in den Modus Multiplizieren. Damit, das sieht man jetzt gerade hier, da kommt die Struktur wieder durch. An manchen Stellen kommt sie noch nicht durch. Aber da wollen wir jetzt hin. Denn was wir jetzt machen ist, wir machen einen Doppelklick auf den leeren Bereich hier von dieser Farbfläche. Können alternativ auch Rechtsklick und dann Fülloptionen. Und jetzt kommt wieder eine meiner Lieblingstechniken, nämlich das Blend-If. Und wenn ich da jetzt sage, okay, ich möchte, dass dieses Rot, das soll ja eine schöne dunkle Farbe sein. Ihre Lippen waren vorher relativ hell. Sprich, ich möchte, dass das Rot erstmal nur in den dunklen Bereichen ist. Also da, wo vorher auch schon viel Farbe war. Also nehme ich es aus den Händen-Bereichen der darunterliegenden Ebene wieder raus. Und da sehen wir schon, wenn ich das jetzt hier ziehe, dann kommen nämlich diese Glanzstellen, die der Blitz in dem Bild mit generiert hat, kommen wieder vor. So, jetzt ist das natürlich viel zu stark. Also halte ich die Alt-Taste gedrückt, damit ich diesen Regler teilen kann. Und würde jetzt erstmal sagen, ich lasse das so ungefähr. So, dann habe ich jetzt nämlich schon mal eine schöne Farbe. Was ich als nächstes mache, ist, ich dupliziere mir diese Ebene und setze sie jetzt in den Modus Negativ multiplizieren. So, jetzt sieht das ziemlich verwirrend aus. Warum? Ganz einfach, weil mein Blend-If ja noch auf die Ellenbereiche achtet. Achte, also gehe ich hier wieder rein, ziehe den Blend-If weg und bei der Negativ-Multiplizieren, da ziehe ich es jetzt aus den Tiefen weg. So. Und dann hätten wir das so. Und wenn wir jetzt sagen, wir packen das beides mal in eine Gruppe, dann können wir vielleicht sogar sagen, dass wir hier diese Maske einmal mit hochschieben. Und dann kann sie nämlich hier weg und ich könnte die Maske komplett anpassen. Wenn ich jetzt hier einmal die Deckkraft runterziehe, von dieser Ebene, habe ich einen sehr, sehr schönen Farbton. Der ist jetzt hier wahrscheinlich zu kräftig für dieses Bild, also müsste ich ihn wahrscheinlich noch weiter runterziehen. Und ich kann natürlich auch einfach sagen, okay, bei denen hier, da möchte ich, dass es auch ein bisschen schwächer ist. Also ich habe insofern mehr Kontrolle, dass ich einfach sagen kann, okay, ich kann die hellen Bereiche gesondert adressieren, ich kann die dunklen Bereiche gesondert adressieren und könnte jetzt sogar noch sagen, okay, gefällt mir doch ganz gut. Wir holen uns mal noch eine Farbfläche, schauen uns erstmal an, was das hier für ein Hexcode war, holen wir eine neue Farbfläche, gleicher Hexcode und sage jetzt, möchte ich es aber ein bisschen dunkler haben. Ich möchte ein kleines dunkleres, etwas dunkleres Rot. Und dann könnte ich damit nämlich auch nochmal spielen, indem ich dann entweder das Ganze wieder in Multiplizieren oder in Negativ Multiplizieren setze, je nachdem, was ihr erreichen wollt. Also ihr könnt unendlich viele dieser Ebenen anlegen. Was ich in dem Fall jetzt machen will, ist, ich will das Ganze multiplizieren, drehe die Maske um und was ich jetzt hier einfach noch mache, ist, dass ich einfach eine schöne Linie nach außen ziehe. Also praktisch hier diesen inneren Bereich. Auch da setze ich mir die Klettung mal wieder ein bisschen hoch und kann dann hier einmal den inneren Bereich, dass ich hier praktisch so eine Kante noch setze. So. Ein bisschen weichere Kante hier setzen. Dadurch habe ich automatisch nochmal eine schöne Schattierung mir hinzugebracht, die ja auch realistisch wäre, wenn man das Licht sieht oder wenn man den Mund auf hat, kommt auf die Lippen außen mehr Licht als auf die Lippen innen. Deswegen haben wir ja auch nur außen diese Glanzstellen. So. Und das wäre praktisch die untere Lippe. Ja, vertippt. Ist aber nicht schlimm. Kann man ja auch korrigieren. Untere Lippe. Dupliziere mir das Ganze. Sage, das ist jetzt die obere Lippe. Wird natürlich hier die Maske dann entsprechend wegmachen. Aber Klettung kann auch wieder weg. Und könnte jetzt sagen, okay, jetzt male ich mir das Ganze auf der oberen Lippe und das mache ich jetzt wirklich sehr, sehr grob. Nur einfach damit ihr seht, was man dann als nächstes machen kann. So. Also die obere Lippe. Denn was ich jetzt hier sagen kann, ist, ich möchte oben vielleicht einen anderen Farbton. Der muss gar nicht mal viel anders sein. Nur ein bisschen. Sagen wir mal, der soll oben ein bisschen weniger gesättigt sein. So. Kupieren wir uns den Xcode. Tragen den hier auch ein. Und tragen den hier auch ein. Aber da hatten wir ja das Ganze ein bisschen dunkler gemacht. Also hier. So. Die Maske müsste natürlich auch hier noch angepasst werden. Weil die geht ja hier unten hin aktuell. Und da wollen wir jetzt den, die innere Linie, hier haben. Und dann muss die natürlich das Ganze auch mit abdecken. So. Und wenn wir da jetzt mal die Deckkraft, die passt. So. Und wenn wir mal gucken, das macht auch hier wieder innen so einen Schatten. Ich habe oben eine leicht andere Farbe. Wie gesagt, die Maske oben ist jetzt nicht sauber. Aber damit habe ich natürlich deutlich mehr Kontrolle. Gerade wenn ich jetzt noch das Blend If oben anpasse, weil ich vielleicht noch ein bisschen was, verändern möchte. Oder die Deckkraft oben anpassen, weil oben es anders sein soll als unten. Das meine ich mit deutlich mehr Kontrolle, wenn ihr einfach diese Lippen getrennt bearbeitet. So. Ihr seht mehrere Möglichkeiten, wie man Lippenstift auftragen kann. Unterschiedlich aufwendige Methoden, die natürlich aber auch zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Einfach weil man mit der zweiten Variante, die natürlich länger dauert, deutlich mehr Kontrolle hat. Müsst ihr entscheiden, welche Variante ihr verwenden wollt? Hängt ein bisschen auch vom Zielpublikum ab. Für Instagram würde ich wahrscheinlich auch einfach nur die erste Variante nehmen, weil so genau da keiner hinguckt. Wenn ich aber weiß, ich habe einen Beauty-Shoot, wo das Model oder der Kunde sich das Bild ausdrucken möchte, um es an die Wand zu sehen, würde ich natürlich die zweite Variante bevorzugen, weil ich deutlich genauer arbeiten kann, deutlich bessere Abstimmungen machen kann. Also, lasst mich mal wissen, wie fandet ihr die Technik? Habt ihr in Photoshop schon mal nachgeschminkt? Oder sagt ihr, nö, ich mache gar keinen Photoshop? Dann guckt doch wahrscheinlich den Kanal an. Oder ihr sagt, ich mache einfach nur eine Hautretusche, dass die Haut weicher ist, das reicht mir. Lasst mich mal unten wissen, was ihr alles in Photoshop schon gemacht habt oder was ihr regelmäßig macht. Auf jeden Fall lasst da aber bitte einen Daumen nach oben da, abonniert noch den Kanal und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Ciao.